Oliver zeigt uns hier ein tolles Ferienfutter, das JBL Holiday. Hier braucht ihr absolut kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ihr mal in Urlaub fahren wollt und die Nachbarn nicht füttern könnt. Das Ferienfutter wird einfach ins Aquarium gelegt, der Block löst sich nach und nach und die Fische können sich so immer eine kleinere Futtermenge holen. So bekommen sie gerade so viel, dass sie gut versorgt sind, aber das Wasser nicht übermäßig belastet wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017